Hallo liebe Freunde, liebe Freunde der Galerie Bovistran. Auf das, was da noch kommt. So haben wir am 31. Dezember 2019 für uns das Jahr 2020 begrüßt. Zuversichtlich, unbeschwert und mit vielen Aufstellungsideen und geplanten Vernissagen. Zu unseren Neujahrsempfängen in Villingen und in Stuttgart konnten wir euch immer zahlreich begrüßen und auch herzlich umarmen und in Empfang nehmen. Mit neuen Ausstellungseröffnungen noch Anfang März war das kulturelle Leben noch in Ordnung. Und dann? Wie soll es weitergehen? Die Galerien auf unbestimmte Zeit geschlossen. Lockdown. Ja, Knockdown würde ich sagen. Finanziell, ja existenziell, eine harte Zeit für uns und unsere Künstler. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz recht herzlich bei den vielen lieben Menschen und Freunden, die eine Lichtpatenschaft für die Galerien übernommen haben. Und auch bei denen, die uns gerade in dieser schwierigen Zeit mit dem Kauf von Kunstwerken über unsere Webgalerie finanziell unterstützt haben. Nach dem ersten Lockdown ging es dann zwar wieder weiter, aber nichts war mehr so, was eine Galerie ausmacht. Was ist eine neue Ausstellung ohne Eröffnung? Keine Einladung zu Künstlergesprächen, keinen Gedankenaustausch über die Kunst bei einem Gläschen Prosecco oder einfach die Möglichkeit, viele neue Leute kennenzulernen. Und dennoch freuen wir uns, dass in dieser Zeit doch viele Kunstwerke einen neuen Besitzer gefunden haben. Herzlichen Dank hierfür. Und jetzt? Jetzt wird es wieder still um die Kunst. Hoffentlich nicht zu lange. Wir werden alles dafür tun, dass die Lichter in der Galerie wieder angehen und dass unsere Künstler auch wieder von ihrer Arbeit leben können. Wir sind zuversichtlich, denn Kunst macht Spaß. Und so wünschen wir euch und uns für 2021 alles Gute, Gesundheit und dass wir uns bald alle wieder zu jeder Tages- und Nachtzeit frei bewegen können. Bleibt uns unter Kunst treu. Wir sehen uns. Zum Wohlen. Prost.